meine mittel mario master ich als fluigi und er als luigi jetzt habe ich ihn mal habe ich eine sauglocke verpasst ich finde damit so echt gut aus ich kann nicht ziehen was ist denn jetzt passiert ja und damit hat er mich extrem geblendet ich kann es nicht witzig dass er davon nichts mitbekommen hat ich würde mal sagen macht die tür auf man ist wie ich das weg Gut. Die Tür war echt drauf, wir müssen aufpassen. Ja. Okay. Wie groß wäre gewesen, wenn der jetzt eine echte Knarre rauskommt? Ich meine, den kann man nicht bleiben, weil der Sonnenbrille ist. Ich kann nichts machen. Nicht die Sonnenbrille. Doch, die Sonnenbrille. Ich muss jetzt klein aus, was wir machen, weil das ist trotzdem kann man nicht erledigen. Aha. Nein. Ich wollte den einfach. Ich konnte den auch einfach nehmen. Dann geht der vorbei. Wer ist da? Der hat ein Gewehr. Hilfe! Der hat eine Wasserpistole. Der hat eine Wasserpistole. Oh Gott. Der hat eine Wasserpistole. das war ja leicht ausgerutscht sind auch eine banane ausgerutscht hat mir wehgetan ich bin eine andere kann sich denn er ich bin ich mir weiß ich bestehe ich bin dein ebenbild ja nichts kein vandalismus wir sollten zum aufzug zurückkehren das ist jetzt nicht der richtige zeiten dafür weil ich am besorgen aufzug klopft jetzt können wir gehen dann los es war ehrlich kann man irgendwie renten du rennst nach der zeit automatisch wie viel schneller als du willst mich niemals kriegen scheiße ich kann nicht durch die türen gehen ich kann nicht mit da schon richtige spindel traur für dich ne da kommen wir sollten reingehen das ist schon wieder passiert das ist schon wieder passiert was machen wir jetzt dagegen luigi du kannst jetzt mit dem aufzug direkt zur etage 2 fahren ich würde sagen dass du das direkt mal ausprobieren sollte ja wir könnten ja auch noch mal in etage 5 gehen weil es gab ja noch so bereiche die wir noch nicht gesehen haben ja irgendwann mal machen die zeit ab dem zeit ist was habe ich dir gesagt darüber nicht in der öffentlichkeit jetzt sind wir wieder hier nein oh guck mal da ich habe schon aus meinem leben verdrängt aber es gibt eine sache die wir die wir noch tun könnten bevor wir weitergehen folge mir ach ja genau an die malerei ich hab's kaputt gemacht das freut mich ich hab von der liste betrieben ja aber mal lauter er ist einfach warten können wir wollen erstmal es gibt ja noch was was wir tun könnten ich habe noch ein edelstein gefunden erwarten ich komme warum sie müssen das geld nicht ein da war beschäftigt wenn man alle porträte kaputt macht geld 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 da kommt da kommt ich bin stelle ich bei der stelle ich mal auf den schalter ich bin da ich bin okay und nebestein meiner 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 zwei sind ja noch irgendwas hier nach oben ist auch noch ein kohleuchter das war der kohleuchter da oben ist auch noch einer so das ist aber die tage 2 da oben schon da kann ich irgendwo hingegen schießen meine wand ja und ich weiß auch wo der letzte ist okay dann müssen wir schon mal weil ich das ja schaltet man da irgendwas frei oder das weiß ich nicht ich habe es jetzt noch auf zwei etagen und wir sollten jetzt unserem hundi folgen er ist auch schon tot der zeit ist nur bild also jetzt mit käse geschnitten ist abgauen jetzt haben wir uns eine abkürzung gemacht ich mache ich mache nur vanillismus was ja sehr gut ich mache da ist geld sagt ich sehe geld sagt da links da sieht auch irgendwas kann man ganz durch ich habe einen vogel eingetroffen also gemacht wie nicht aufmachen Knoll auf, mach bitte Knoll auf, mach doch mal sind die müssen die klempte da wir kommen jetzt öfter her das essen auf der toilette der aufteilung zum blitz dingen sie nehmen diese schöne geld an das ist los auch für die geräusche jetzt mit mir auch zu blenden rechts oder sondern raum das wunder kommen wir anders hin würde ich ja schon ja da war es gerade drin ich habe gerade was gesehen manu war gleich zum mannhof hat sein kannst du französisch kann ich dann ich kann es auch nicht nein ja natürlich hier ist jede menge green stuff hier ja ich werde was man dem grünen zeug nein 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 wie wird die ausmachen das geht nicht hier nicht hier in diesem restaurant hier ist doch edel da weiß man sich doch zu benehmen ja oder nicht sagen wir werden wir die tische ja aufeinander aber er ist auch ein bisschen ja kommen die gleich wieder hier standen ein bisschen am käse schnuppen ich habe mir nein magst du kein käse und eventuell war ich kann nicht so schwer für dich kannst du es händen nein ich möchte damit anbocken da war dran ich glaube wir sollten reingehen wenn sogar da jetzt eingepackt Was machen wir hier? Hey! Du bist nicht mit meinem Haus! Es ist ein Lager! Es ist ein Lager! Das ist ein Lager! Wee Wee! Wee Wee Born Appetit! Was ist denn los mit dem? Ich hab mir eine Pfanne übergezogen! Ich hab dir die Energie zurückgegeben! Na warte du komm mal her! Schau ich hier mit auf dem Grill! Oder mal wasser! Ja, da war wasser! Oh! 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 Ich bin jetzt Kerl vom Battle! Oh! 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 Ich hab mir mit der Falle eins übergezogen, hilf mir! Sag mal. Ja, ich kann übrigens auch Herzen einsammeln, dann kriegst du wieder ein Lebenspunkt zurück. Ja, hab ich schon gewonnen. Oh, da ist der in der Falle. Gut eins auch. Oh, oh, oh! Ich hab mich umgebracht. Wir müssen warten, dass er wieder einen Fisch wirft. Oha! Ich kann das nicht werfen, der Teil. Hey, hab ihn! Komm her, ein Mann! Wui! Wui, wui! Wui, wui! Nice! Hol' direkt mit dem Spiel rein. Oh, ja! Oh, ja! Alter! Sieh' einer, diese Fische an! Ja, ich pack' die Maffin hier. Schöne, ich hab' den Fisch. Hey, Finger weg! Äh, wat? Ich glaub' ich spinne. Vor allem der Dritten in der Küche! Mann! Mann! Hallöchen, Kinder! Hallo, Chefkoch! Hau die Uhr! Wie weit geht's? Wie weit geht's? Immer weiter! Au! Nimm' das Vogel! Boah! Guck dir mal das Teil an! Oh, nice! Ich hab' ne Muschel! Nimm' halt! Ich hab' ein Hütchen! Lecker! Weil da sind die Flammen aus! Und ich weiß, wo es noch ein Juwel gibt! Ich hab' ein Hütchen! Was macht denn ja? Ah! 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 jahre ja das ist dann ist ein juwel eingeschlossen banken er hat ja kommt der hände sehr ja wir müssen wir müssen das später machen ja wir haben gemacht so lange macht aber auch noch mal gemacht du nimmst du trug damit will sie nicht auch auf den herr packen mal als pitt das pitt ja das so über die nehmann wie dann immer das eckpäck wie viel zeug ja ich habe ein schwein ich war ich mein kaputt jetzt habe ich kaputt gemacht ich glaube der tut hat ist verbrannt ja das sind ausgemacht da war ich glaube ich hab's gemacht weißt du das auch dass ich es gemacht habe ja ich hab mit eingesauft ein fisch drin was kann schaden hat gibt es nicht du hast grad voll schaden bekommen aber wir sollten weitergehen ja machen wir mal ja alles was kannst du eigentlich warte 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 erst mal gar nichts wir müssen warten trete ich um wir müssen jetzt warten dass die morse kommt warte wir den links da wird mich da hingucken da muss ein bisschen weiter weg gehen wir waren dann einfach so oder so ja dafür war der käse war na komm komm du willst ihn doch der jute ja wir haben ihn dann masterpart damit ja da gibt es nicht noch eine dann ist es sie war erwarte der nächste spielwert hat empfänger luigi heißen warte ich nehme mal den käse ich weiß nicht was ich hier oben glaube nicht dass er in dem loch ist glaube wir sollten wieder auf den flur gehen die käse überhaupt nimmt dann kann ich gerne gar nicht mitnehmen ja ich war nicht raus ja 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 na warte ich kriege war da kann ich mir einfach weniger machen da ist sie ja sehen wir welche welche jetzt noch wenn man die bestimmten reihenfolge einpacken müsste nein ich warte wohl zuletzt die schwarze kugel oder die schwarze kugel zuletzt ein die weiße kugel eigentlich nicht auch ganz ganz am ende jetzt ist die schwarze kugel drin aber wir haben beim tisch abgeräumt schön schöne war noch mehr so ist ein schwert zum duell auf das an schwein den tannen links ja was hat denn ein werfer von caspar oder oder so in der schoße also irgendwie so drei onkel habe ich nie gesehen aber er ist doch tot bringen um bis er tot ist und dann noch weiter dieser tod ist am schwert ich weiß auch genau wofür es ist so muss ich den hintern des schweins nein nein ich habe eine bessere idee schießen einfach auf dir die daten scheibe congratulations jungen hat noch ein jackpot da haben wir auch die dame auf eben moment mal kannst du überhaupt spielen ja schade ich kann es nicht also das gesehen ich habe die wir sollten verpasst oder zusammen da ist sie der kürte und ich bin noch gelächter stein ja das kann ich gerne bekommen kannst du es mit dass die reagieren daher glaube ich also du kannst das machen ist gerade oder wir sollten gehen da kommen wir uns jetzt noch den aufzugsklopf den holen uns jetzt noch den stadt da also hinterher auf schneller kann ich da auch was angst da er ist auf die andere seite gekommen du kannst sie mir noch zum aufzug und schließen den noch an sicher oder wir verlieren jetzt gleich noch mal ja 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 da haben wir schon mal aber dass man noch mal wenn ich mal schon kaputt machen ich hier machen ganz neuen tricks und so hier waren wir warten schon hier war es du schon mann alles muss ich muss zerstören aber wir können ja noch mal was man das macht kann man das habe ich gar nicht gesehen hier ist aber gar nichts abhauen hey a d aber ne und alle und alle und alle die die ja das schöne und 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 wir müssen aufzug jetzt wir müssen hier raus gehen also ich schon auf karte ja dann nach rechts rechts gehen jawohl ja warte wenn wir ja hallo und wir sagen es heißt luigi's mansion 3 ja u 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